einen wunderschönen guten tag ich werde hier die insel untersuchen ich erzähle das war's habe ich mich erschrocken das ist eure letzte chance lasst den bogen in ruhe hmm Okay. Nee, nicht flöten. Muss man doch irgendwie wieder hochkommen. Okay. Ja, ja. gibt es ja nicht geschummelt da ist blauer blum hier bin ich richtig na irgendwo der typ wieder na den kriegt man doch nicht einfach so ist verflucht ihr werdet bis ans ende eurer tage nur nur los jetzt erst vertreibe ich die mongol dann kann ich euch heimsuchen und 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Na, mal gucken. Verbesserung verfügt. Achso. Und jetzt habe ich aber einen... Kurzbogen. Und jetzt... Geht's zur Bogenmacherin. Ganz einfach. Mal gucken. Was die so sagt. Erst mal... Seht euch an, was ich für euch tun kann, mein Herr. Oh ja. Ausgezeichnete Wahl. Nur für euch. So, und die Bogenmacherin ist da. Halt. Ja, darfst du. Quatsch. Falsche Taste. Oh ja. Ah, mir fehlt Bambus. Echt jetzt. So, warte mal. Mir fehlt Bambus. Es wäre hätte das gedacht. Ähm... Ja, wo... ...geht denn jetzt die Reise hin? Hierhin würde ich sorgen. Hierhin. Oop. Oh, echt Hetze! Don't show! Don't show, don't show! Don't show! I'm just ready! Don't show! I'm just ready! Don't show! Don't show! Don't show! Don't show! die mongolen waren schneller verschlossen und billen niedrig war ach ja Halte dich fest. Oh, Junge. Da nicht. Da. Ja, meine Legende wächst. Kann ich jetzt auch zwölf Technikpunkte zuweisen? Ja, meine Legende wächst. Ich finde die aber immer noch am besten. Ja, meine Legende wächst. Okay So peepsie Dann wäre das auch erledigt Ach so, ich wollte noch gucken, wegen Technikpunkte fällt mir gerade ein, ob ich da was vergeben kann Ja klar, zwölf Ja, ich finde ich stoff Gleiche im Letzten Okay 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 Ich weiß doch gar nicht mehr wo Okay 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 Vielleicht da wo der Rauch ist Okay 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 Let's go Okay Nein. 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 Jetzt bin ich im Kreis gehoppelt. Warte mal. Ah, nee. Darf ich euer Katana für euch schärfen? Meine Schmiede ist bereit. Eine Ehre euch zu dienen, mein Herr. Hmmmm. Hmmmm. Sigh. Ja. 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 Ähm... Ähm... Das waren aber nicht die Strohhut-Assassinen, oder? Nö. Hierher! Ich reite extra diesen langen Weg, in der Hoffnung noch genug Bambus zu erwischen. Aber hier sieht alles andere aus, aber nicht nach Bambus. Gut, ich habe nichts gesagt. Sucked. Gut, ich habe nichts gesagt. Habe ich das andere nun auch erwischt? Ja... Oder? Nö. Okay. Ist weggerücken. Und... Ah, ja. Ah... Alles klar. Das sind noch ein paar Idioten. Das wollte ich gar nicht drücken. Ich wollte... Ähm... Kunai... Ups. Und... Alle hopp. Das ist halt nicht eigentlich zu verbomseln an seinem Schwert, das ist ja völlig irritierend. Nichts. 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 gut... Ach, ja. Bald seid ihr frei. Hä hä. Wäre ich beinahe ohne die Frau weitergelaufen. ja bitte bitte dann würde ich sagen war es das für heute ich bedanke mich bei dir fürs zuschauen und ich würde mich freuen wenn du beim nächsten Mal dabei bist ich wünsche dir noch eine schöne restliche Woche Tschüssi